so da sind wir schon wieder zurück nämlich mit der aufgabe sei der erste der entweder in der runde einen kill macht oder der erste der einen fisch fängt das wird nicht einfach werden denn ihr müsst halt wirklich sehr schnell unten sein sehr schnell eine angel haben sehr schnell einen fisch angeln und oder halt eben ganz schnell den ersten kill machen wir versuchen das direkt hier weil ich gerade nämlich zufällig an meiner angel stelle bin wo ich eigentlich immer weiß dass da was ist nämlich hier unten ist eigentlich immer direkt ein schwarm ich hoffe ich habe glück weil wie gesagt da muss müsst ihr echt verdammt schnell sein von jener angel sind doch sonst immer erste landung erste landung also auch das geschafft ich wusste es gar nicht also wie gesagt die aufgabe ist doch anders sei der erste den fisch angelt sei der erste denkt kill macht oder der als erstes landet so haben wir das ganz simpel gemacht ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen am besten halt einfach so schnell wie möglich runter probiert zum gruppenkeile die meisten machen den fehler springen nach links springen nach rechts wollen irgendwas anderes machen also einfach sofort im steilflug runter und direkt landen wie gesagt hoffe ich konnte euch damit helfen wenn ja gern like da lassen abo da lassen glocke aktivieren und vielleicht sehen wir uns schon gleich im live stream und ich würde sagen in dem sinne haut rein